Hoi Leute und herzlich willkommen zu Minecraft, beziehungsweise einfach mal so zwischendurch Minecraft, weil ich gerade Lust habe, bei irgendwas zu machen, was nichts mit so unserem Projekt zu tun hat. Ich trinke einen Schluck. Prost. Im Grunde wird es jetzt kein richtiges Let's Play. Es wird einfach so mal zwischendurch kommen. Habe ich schon mehr als einmal gemacht. Letztes Mal auf meinem Kanal. Wannikraft. Und wir stellen uns einfach direkt in eine neue Welt. Ich spiele einfach drauf los und erzähle was. Diese Let's dienen für mich einfach, um was zu erzählen. Wenn ich was zu erzählen habe, dann mache ich es. Dann lade ich es hoch. So ging das auch mal Let's Play zwischendurch. Minecraft. So. Schöne Gegend. Schöne Sonne. Schöner Dreck. Ja, leider nicht so schön, wie ich gerne hätte. So. Punkt 1. Ich nehme mir nur das Weißholz mit. Ich mag es am liebsten. Wir haben heute den Safari-Tag. Ich soll ein bisschen weniger catchy machen. Ansonsten gewöhn' ich mich dran. Hopi, du nacket den Malari. Es ist Safari-Time. Zuerst, es ist Let's Play zwischendurch-Time. Im Grunde, ja, musst du dich heute zum Beispiel erzählen. Ja, heute ist jetzt mal eine neue Grafikkarte drin. Es dient jetzt auch als Test, wie gut wirkt die neue Grafikkarte denn. Ich meine, die war garantiert für 131 Euro ihr Geldwert. Und den Auffang, den ich mit ihr hatte. Denn sie war per Nachname bestellt und ich hatte es komplett vergessen. Und ich hatte natürlich keine 133 Euro in Bar. Wer hat das schon? So, jetzt wollen wir jetzt direkt Sand. Ich möchte jetzt also Stein machen. Ich möchte so schnell wie möglich an Stein rankommen. Holiday, it's Safari-Time. So, dann fahre ich noch eine Werkbank. Wunderbar, und schon bin ich zufrieden. Da leben wir jetzt, wenn das ist zwischendurchs. Also, ich kann nicht sagen, wann das Zeug kommt. Also, wann ich es hochlaute und wann nicht. Das ist für mich ein Ding, der unmöglichkeit ist, jetzt sozusagen. Denn ich mache es, wenn ich einfach Lust drauf habe. Und meine ich der Meinung bin, ich habe was zu erzählen. Was nicht in wirklich andere LPs passt, zum Beispiel. Bfff. Ne? Ich möchte ein Zelda jetzt nicht unbedingt über das erzählen, was gerade so läuft. Deswegen, in diesem... Zwischendurch könnt ihr ein bisschen mehr über mich erfahren, wenn ihr wollt. Können auch gerne irgendwelche Fragen stellen, auf die ich dann später angehen werde. Ihr könnt auch nur das Video zu sehen, also zu hören, ne? Ihr müsst nicht zu sehen, ihr könnt zu hören. Dafür dienen diese LP-Kussens, als ihr könnt. Nebenbei laufen lassen und irgendwas anderes machen. Kein Problem. Ich brauche dann quasi nur eine Plattform, um nebenbei mich zu beschäftigen, während ich selbst einen Unfug gelaber. Also, es ist auch eine super Plattform, um, wenn ich mal irgendwas länger nichts aufgenommen habe, wieder zu testen, ob ich es immer noch gut kann oder wieder reinkommen kann. Also, warum nicht auf meinem Haupt-Channel den Unfug sowieso machen? Ich bin an der Safari mit toller Musik. Wenn man meinen Pokémon LP verfolgt, habe ich in der Safari-Zone gespielt. Und da war auch Safari-Time. Aber ich merke schon, dass die Grafikkarte eindeutig besser ist als die vorherige, weil ich habe damals Minecraft aufgenommen und hatte nicht so die hohen Einstellungen und ich hatte Probleme, sprich ich hatte sich weit auf normal, nicht auf weit. Und wenn ich es übrigens auf Screen spiele, also ohne Aufnahme habe ich um die 200 FPS. Finde ich cool. Und ich kann wieder mit Texturtenpack spielen. Vor allem mit diesem Texturtenpack, die ist Medieval Texturtenpack, das gefällt mir so gut. Was gibt es heute zu erzählen? Was ist heute so alles passiert? Heute ist mal Nintendo DS gekommen. Ja, ich habe jetzt auch einen. Ja, ich habe ihn ausprobiert. Er ist toll. Er macht wirklich Spaß. Und. Ich will das Eis nachbauen. Was ich mir noch dazu bestellt habe, war Golden Sun Dark Dawn. Macht auch sehr viel Spaß, das Spiel. Also die dunkle Dämmerung. Also die dunkle... Golden Sun Teil 3. Ich habe eine harte Hand. Plätschern, meine Damen und Herren. So. Ich sollte weniger catchy Musik nehmen, sonst habe ich das Problem, dass ich nur die Musik höre und nicht kommentiere. Aber es hat Chat-Set Radio Future Musik ist gut. Dann seid ihr wieder. Die direkte Band sind 9. Glocke dann 9. So. Und hoch mit uns. arbeit 9. Und da mache ich mir lieber zu, bevor ich wieder reinfalle, weil ich kenne mich gut. Die direkte Band sind 9. Und place 9. So. Die drei, zwei, drei, drei. Schaut die Schleife! Schlage deinen Boden, kleine Jungs! Schaust du die Schleife! Schlage deinen Boden, schaust die Schleife! Schaust die Schleife! Schau dich, schau dich, schaust du die Schleife! Schau dich, Schau dich! Wenn ihr wollt, könnt ihr raten, welche Farbe das hat. Ich werde es nicht aussprechen, solange es nicht geraten wird. Ich sage es mal so, dass es nicht schwarz und nicht silber ist, wie ich es gerne gehabt hätte, aber naja, ist mir egal. Ich fütte mal kurz zwei Schafe. Hi, komm, 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 eins, zwei... Hier hinten ist ein Dschungel. Ablenkungen! Sand nehme ich auch immer gerne mit. Weil, ganz ehrlich, ich habe immer Angst, dass ich ein Gebiet komme oder baue, wo kein Sand in der Nähe ist und muss ich wieder Kilometer weit rumlaufen, um zu suchen. Deswegen nehme ich mir gerne ein bisschen Sand mit, wenn ich auf Reisen gehe, und das ist ein Mühlchen, das werde ich auch gleich töten. Das war dumm, aber egal. 5, 1,4! 4,4, zumoist, 1,4! Hm... Ich will eine schöne Zahl. 45 ist eine schöne Zahl. So. Ähm... Das ist Hühnchen. Hühnchen! BAM! Ich habe eine Hote Hand, ich habe eine Hote Hand. Ich liebe Chatschats. Chatschats Radio, ich habe eine Hote Hand. Ich habe eine Hote Hand, ich habe eine Hote Hand. Ich bin zum Beispiel, ich konnte es auch probieren mit, mhm... Hier. Dolphin aufzunehmen. Jetzt macht die Grafikkarte das auch mit. Guck, wie viele Schäfchen sind hier. Was ich toll finde? Das ist krass, mir wächst ich im Wind. Wuhuu! Ich will noch ein paar... Samen zum Einpflanzen mitnehmen. Ach, das ist auch ein tolles Lied. Ich muss mich zurückhalten, nicht mitzusingen. Ich sollte weniger catchy Musik nehmen, oder? Ich mein, hört mal zu. Ich muss mich zurückhalten, nicht mitzusingen. Wie das, wie das, wie das, wie das, wie das, wie das, wie das. Ich sollte mal hier raus irgendwas anpflanzen, oder irgendwo hier was anpflanzen, und dann hier raus. Waaah! Hi, Krater. Wie geht's dir? Vor allem, da ich bald tot bin, wenn ich so weiter mache. Mit Heil-Lehm. Vamos! Nehme ich auch sehr gerne mit, bevor ich wieder keins habe. Echt so gerne mit, bevor ich wieder käse! just feel good Just feel good Just feel good Ich möchte aus dem Dschungel raus, bitte... Wannikas möchte, Benny, möchte, möchte aus dem Kinderbarritz abgeholt werden. really Hühnchen... Eine Wüste! Okay, jetzt war nicht die optimalsten Anbaubedingung, aber... zwei Hühnchen, elastic schon... Zwei Hühnchen! Hm, 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 hm. Jetzt brennen jetzt erstmal Holzkohle, würd ich sagen. I like it, I like it! Hi Kaktus! Ich kann ich eigentlich auch mitnehmen. Einfach so! Oh, Gott. Nein. Mach du mal weiter, lieber Ofen. Ich will jetzt lange den Baum. Nehmen wir noch Holz mit, was speziell für mich persönlich für Holzkohle angesetzt wird. So... Wenn wir auf der Disco hätten, wo, 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 dann würde ich mit dir tanzen, das ist nicht cool. Wir warten auf unser Feuer, dass es schneller ist. Wirklich, ich liebe diesen Effekt, dass die Welt ein bisschen rötlich wird, wenn... ... wo, ach, ... abends streckst du dich morgen heute. Mmh, lieber's! Hm, 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 hm. So... Wir müssen überleben, wir brauchen Hühnchen! Dann rennen wir quer durch die Wüste und dann passt an. Wunderbar, wir haben wieder volle Energie, das heißt, wir können jetzt weiterziehen. I wanna hold your hand, I'm dead, same name, this is how you're coming in Let's have a load to the girl and I'll tell Hi Creepies Hat so ne schliche Augenfarben, oder? Ups B soll dich nicht drücken, weil Guck mal, hell Klasse, oder? Da hinten ist ein Schneegebiet, das gefällt mir schon mal sehr gut Hello, alles Alice, I want to hold your hand, man. Das heißt im Prinzip Eiselpan. Das kann Glockengrenner fügen immer nach oben. Die Sabatots in der κистik auf der göttlichste Islepan. Oder EIer-Tén. No, Alice, I want to hold your hand, man. Die dimmenschbarer als ich sah, wenn Dein in Escape Thomas, die Sabatots in der göttlichste Islepan. IDS drüber muss sein Chaos dalam masa. No, Alice, Iyer-Tén Link in der Reporterfrage. Nex. Das geht immer so lange, wie ich Lust habe negro und so lange, wie ich Gesprächsstoff habe. Und wenn ich kein Gesprächsdruck hab, überleg ich mir, was von Tarnat. Also kann sein, dass so ne Folge problemlos 40 Minuten lang wird. Stell euch drauf ein. Also wenn ihr es zuhört. Ich mein... Werden wir sowieso gerne zuhören. Meine Projekte sowieso schon auswendig kennen, weil... Ja, der größte Fan ist, den ich habe. So einen gibt's garantiert nicht. Ähm... Dann hat er hier was zu... Das muss man nicht unbedingt immer beim Gameplay sehen. Einfach nur ne Höhle. Na dann. Ne kleine. Ich will mal ne schönes Holzhütchen bauen. Und für ein schönes Holzhütchen... ...irgendwo im Wald braucht man Holz. Gut und nen Wald. Letzteres finden wir garantiert. Mit dem Holz weiß ich noch nicht so genau. So. Schweinefleisch. Wie schaut da eigentlich die Edition aus für die Religion? Die kann Schweinefleisch essen. Also beziehungsweise für die... Wie nennt man es? Für die Leute kann einfach kein Schweinefleisch essen. Weil warum auch immer. Na gut, die werden sich wahrscheinlich einfach keine Schweine töten. Oder für Inder, wenn die Kühe heilig sind. Du könntest ja nie ne Lederrüstung craften. Hm. Arme Leute. So, was ich mir auch noch machen will, ist mir diese Universe Online mal fertig runterladen. Denn jetzt, wo ich heute die neue Grafikkarte drin hab. Das ist ja nämlich geil, ne? Das Spiel checkt das System. Und wenn dann die Grafikkarte nicht oder sonst was nicht gut genug ist. Zum Beispiel der Prozessor. Bei mir ist halt alles gut bis auf die Grafikkarte. Oder war alles gut bis auf die Grafikkarte. Jetzt ist alles gut. Sagt's, äh, tut mir leid, aber du wirst das Spiel nicht spielen können. Sprich, ich beende jetzt mal den Download. Einfach so. Da ich mir schon so... Hey, danke, dass mich Stress erspart. Aber ich möchte mir einen, ähm... Sehr tollen Superhelden erstellen. Einen Sir. Einen ganz noblen. Er muss natürlich gutartig werden. Denn ansonsten wär's kein Sir. Hey! Das nächste Mal, wenn mir so ne Schatzspinner anfällt, dann dreh ich mit ihr den Swag auf. Ich hau ab. Hütchen! Minecraft, danke. Ja, wenn's irgendwann ausgekronen wird, dann liegt's an... Fraps, keine Ahnung. Ich nehm ja auch mit... Wenn ich mit Fraps aufnehme, war das Autospin separat auf. Mit Camtasia auch, ja, aber... Nicht immer. Also meistens lasse ich Autospin nebenbei mitlaufen, manchmal nicht. Gutes Beispiel ist zum Beispiel aktuell Zelda. Also bevor ich Zelda anfange überhaupt hochzuladen, ist dieser Part schon oben. Denn ich muss 48... Ich glaub 48 Minuten nachkommentieren. Ich hab den kompletten Dungeon gemacht und meine tolle neue Waffe geholt. Ich hab ein neues Item bekommen, fand ich toll. Hab mich gefreut. Hm... Piep! Hepp! 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 So. Schuld warst! Ne? Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her! Ich wär von dir abgelenkt, also! Ja, ich werd mir einen rosa-helden machen. Hahaha! Ne, ich mein's ernst, mein Held wird rosa. Warum nicht? Ich werd mir einen Kirby-Superhelden erschaffen. So mit Kirby-Attributen. So im Sinne von... Knuffig, süß und rosa. Ähm... Soll ich mir schon wieder einen Ofen hinstellen? Weil wir schon wieder gleich am Sterben sind. Könnte übrigens jemand von euch das Spiel You Don't Know check. Gibt's glaub ich auch schon sechs oder sieben Teile davon. Dieses Lied erinnert mich immer wieder an das Spiel. Ich weiß nicht warum, ich glaub wegen irgendeiner... Es ist quasi so ein ähm... Wie soll man hier dort einen Check-Fallot erklären, die es nicht kennen? Also ganz einfach, es ist ein Quiz. Aber ein bisschen amüsant gehaltenes Quiz. So... Ja... Zum Beispiel, man kann jemanden nageln. Im Sinne von, man kann... Man kann seinen Spielerbuchstaben drücken. Zum Beispiel das B wie Planschbecken. Wird auch immer so schön erklärt, müsst ihr wissen. Und dann kann man quasi jemanden... Den Nagel in den Spielerbuchstaben rammen. Das Spiel sagt halt den Nagel. Das soll halt absichtlich so klingen, ne? Ähm... Sie wurden genagelt! Und dann so... Oh nein! Und dann muss man die Frage beantworten. Und man verliert Geld, wenn man falsch antwortet. Nämlich, äh... Nämlich, äh... Den Betrag, mit dem es bei der Frage ging. Zum Beispiel 6.000 Euro verlierst du. In Falschreit ist auch wirklich 6.000 Euro. Oh, ich hab das so gern gespielt. Aber ich hab's leider nicht mehr. Ja, generell, ich hat's noch nie. Gehört ja nicht mir, sondern meiner Schwester. I don't know, check. Eins und zwei. Gibt auch ne Flash-Version, aber ohne den Moderator-Cookie ist es langweilig. Aber gut, das heißt langweilig nicht so schön, weil der gibt einfach so geile Kommentare... ... so tolle Kommentare ab. Ach, damit macht das Spiel einfach nochmal... ... dreimal so viel Spaß. Wir bauen übrigens Kohle ab. Warum auch immer. Ja, weil ich meinen Ofen einheizen will. Ist klar. Ich suche immer noch... MAINTOPIA. Der Ort, an dem Träume wahr werden. Wir suchen uns einen schönen Ort für eine Behausung. Ich könnte auch schon dran auf dem Meer bauen. Das soll ich nicht mehr machen. Und dieses LP wird auch meinen Minecraft-Rang befriedigen. Ich hab meistens Lust auf Minecraft-Spielen, aber... ... schock mich zwei Minuten ein und hab dann keine Lust mehr. Was einfaches ist. Aber wenn ich für jemanden spiele... ... wenn ich für euch spiele, wenn ich für euch kommentiere... ... ist es wieder was anderes, weil... ... ich mach's ja für wen. Ich kann ja nicht sagen, okay, ich nehm's auf und dann hab ich halt nach zwei Minuten... ... mach ich halt wieder weg, ne? Ich überliste mich quasi selbst damit. Oder ich versuch's zumindest. Nämlich ich sag hier, du spielst das doch mit jemandem. Niemand hört dir zu und dann hast du wieder Spaß dran. Und ja, macht Laune. Vor allem, da ich grad... ... jetzt wieder keine Sekunde lang die Klappe hatte. Und euch ist das egal. Ihr steht drauf wahrscheinlich. Wir gehen mal mit dem Reden zu. Ansonsten würdet ihr euch den Pub nicht anschauen, oder? Bäm, oh. Und Schweinefleisch. Wie? Ich muss noch gucken, wie ich die Playlists mache. Weiß ich noch nicht. Was der Vorteil ist, dass ich mit Fraps aufnehme, das Rendern danach dauert. Also... ... das Speichern dauert dann nicht so. Ich kann einfach sagen... ... mhm, jetzt mag ich nicht mehr. Und dann... Ja. Du, du liebst mich auch immer. Nein. Ich kann Taser noch extra vorher speichern. Das... ... kann manchmal dauern. Vor allem bei mir. Hm. Ja, was mach ich mit Warnikraft? Wahrscheinlich als Abstellkanal. Boah, dann ist so viel Kohle. Weiii. Ich sammle Kohle ein. Das macht Spaß. Kohle, Kohle sammeln. Für mich... Es fängt an zu regnen. Und wie ich sehe... ... ist der Regen auch nicht verbuggt. Weil... Weil der Regen... ... war vorher mit anderen Grafikkarten einfach nur ein weißer Strahl. Also könnt ihr euch vorstellen, wenn es so regnet, wie viel weißer Strahlen das da runter schießen. Und man sieht einfach gar nix. Ach, ja. Schön. Und ich baue einfach noch gar nix. Und mal schauen, wenn der erste Part... Wenn ich auf dem ersten Part Kommentare hab... Je nachdem, ich kriege ab und zu Kommentare. Finde ich ganz toll. Ich liege sehr gerne Kommentare. Vor allem, wenn es ein toller Kommentar ist, auf den ich was antworten kann, dann antworte ich noch lieber. Ich antworte jetzt sehr gerne auf Kommentare. Vor allem auf gute Kommentare. Auch wenn ich meistens wie... Ja, ist ein toll kommentierter Part von dir. Hab mir echt Spaß gemacht zuzusehen. Da kann ich nix drauf sagen. Deswegen antworte ich auf solche Sachen auch eigentlich nie. Weil... Eine eigene Meinung und so. Ich sag immer gut, ich könnte eigentlich immer Dankeschön sagen, aber... Weiß nicht. Ich könnte es mir vielleicht angewöhnen. Wenn ihr gerne ein Dankeschön für so einen Kommentar hättet, oder... Noch... Kommentar meinerseits. Sonst sagt mir einfach Bescheid. Dann mach ich's. Und ich wüsste dann... Wenn ich euch was dran liege, dann mach ich's, ja. Ich sag's nur so, wenn jemand sagt, okay, hey, hast du toll gemacht. Dann denk ich mir, ja, gut, ist selbsterklärend. Was soll ich nur drauf sagen. Na, dann denk ich mir, toll. Na, die mir noch genau hat gefallen und freut mich. Und denk mir... Oder ich geh davon aus, dass die Leute denken. Dass die Leute denken, dass... Dass ich weiß, dass... Äh... Ich geh davon aus, dass die Leute wissen, dass sie... Dass... Dass ich mich mal drüber freue, wenn ich sowas lese. Ich mach das dann zur Unterhaltung und... Nicht, um mich irgendwie... Famous zu machen im Internet. Das ist mir komplett egal. Ich find's zwar cool, dass ich jetzt inzwischen... Fast, äh... Vierfache meiner... Erwünschten Zahl. Man fängt ja ab und zu an... Kann man ganz ehrlich sein, wenn man anfängt... Also ich persönlich kann ja ganz ehrlich sein. Ich hab mit einer gewissen Zahl angefangen. Hab gesagt, okay, wenn ich innerhalb von einem... Ja... Ne... Zwanzig Zuschauer, deshalb bin ich komplett zufrieden. Oder zwanzig Leute, die den Kanal abonniert haben. Wobei... Die Formulierung ist auch ein bisschen doof. Also, was hab ich mir gedacht? Ja komm, zwanzig Leute, warum nicht? Das ist realistisch. Ist jetzt nicht so weit ausgeschossen. Damit kann man bestimmt was machen. Ja... Wie viel wurden's? Bald achtzig. Das ist der Punkt, wo ich mir denke... Wow... Ihr seid krank. Okay... Wie soll das mit dem Psychiater gehen? Wie kann man mir... Punkt A, wie kann man mir fast eine Dreiviertelstunde lang zuhören? Das kann ich selbst fast nicht. Außer es geht um was anderes. Nachbearbeitung oder so ein Kram. Da komm ich mit klar, mir eine halbe Stunde zuzuhören oder... Da hab ich mir so eine Ausschussweise, weil ich mir versuch zu merken, wo ich's mach. Mach ich mir dann immer schöne Titzen. Ist toll. Wir sollten übrigens mal langsam irgendwo uns eine Happenhausung bauen. Das wäre doch klasse. Und die Frage ist wo? Hm... Ein großer, angefrorener See. Kommt los, Kinder. Jetzt werden wir ein bisschen Musik haben. Wie altes Zeit. Wie altes Zeit. Wie altes Zeit. Ich werde jetzt die Melodie auf dem Organs beginnen. B-Babel-u-wap. 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 Ich würd's ja so gern in einer... ...Winterregion bauen. Vor allem wie schön, wir müssen mal langsam unterkommen, wisst du. Hoffentlich inspiriert mich die Musik! Und Wolfi. Na dann. B-Babel-u-wap. B-Babel-u-wap. Hat sie, ja. Mit Bahnhofm Eis. Ich fand's mit hier ein Haus hin. Wird so ein bisschen komplizierter von der Versorgung her und alles. Aber... Ich mein... Was soll's? Ganz einfach, wir fangen an. Punkt. Bitteschön, Holz. Ba-ba-da. Ba-ba-wa-en. Haus-bau-en. Im See-ee. Und wir haben ne Winterregion erwischt, das ist nicht gut. So, da hinten möchte ich gerne quasi später einen Garten hinsetzen. Spricht das Haus... Ein Wintergarten, ey, so. Spricht das Haus, wäre dann... So. Babelua. So. Schon über das Ziel hinausgeschossen, lieber Block? So, erstmal geht's um die Grundversorgung im Haus. Sprich, äh, es muss stehen. Mir ist egal, ob's nicht jetzt noch nicht so besonders schön aussieht. Das ist, das sucht mich weniger. Es soll ja aktuell... ...ne Funktion haben. Es soll mich vor Gefahren schützen. Hi, Wauzi. Leider hab ich nix für dich. Das tut mir leid. So, wo baue ich die Angangstür hin? Wir müssen auf so eine Seite. Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Mit gerade Zahl, verdammt. Ich war ne ungerade. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Perfekt. Ich muss sechs abzählen, dann muss rein... Sechs abzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Angangstür. Was? Passt, man kommt hier rein, kommt ja direkt in den Taggarten. Es geht erst mal um die Grundfunktion. Unser Haus soll uns vor Gefahren beschützen und wir brauchen uns als Unterkunft. Das ist nur eine Flamme-Poppi-Poppi. Das ist sehr schön, danke dir! Was wir dann anbauen, ist ein Unterschied. Ich mein, ich werde es garantiert noch länger bauen. Ich merke übrigens, dass ich Häuser mehr so im amerikanischen Stil baue, also nicht sonderlich hoch, aber lang. Schauen sie nämlich öfters in Amerika. Sie haben keine mehrstückigen Häuser, sondern eher so ein stockendes, langgezogenes Haus. Das heißt, wir werden immer ein verschneides Dach haben. Geil. Gefällt mir sehr gut. Hallo, Alize, I wanna hold your head, haven't been the same Let's Player I've been before. As you, as you saw before. Ne, ich bin jetzt... Ich bin eigentlich immer noch derselbe. Das ist doch gut so. Je weniger ich mich ins Negative erinnere, umso besser. Nicht einfach, der war in die Cosplay, wer dich unterhält, dann ist das doch alles gut, oder? Muss man dazu sagen. Die Frage ist, hat das jetzt eine große andere Farbe als das aktuell ist? Weil das war scheiße. Ja, es ist dunkler. Ich kann mich von dem Boden nehmen, das war cool. Habe ich einen dunklen Boden? Du weißt... Ne, das war eigentlich was für eine Wand, wisst du? Wenn ich das für eine Wand nehmen, das wird ziemlich gut, also... Hm, als Boden gefällt's mir auch ziemlich gut. Aber ich brauche schon hier noch die Blöcke. Und das Problem ist aktuell, ich hab die Bäume nicht hier. Also... Ne, ich hab die Bäume einfach nicht in dieser Schneegegend. Pflanze ich mir zwei. Wachset und gedeiht, ich brauche neue Bäume. Ich brauche neues Holz. Währenddessen ich hier den Boden rausropfe. So... Ja, im letzten... Minecraft-Gedings habe ich mir einen anderen Boden gebaut, aber egal. Jetzt mach ich mir so ein. Mal schauen, was wir übrigens alles machen in diesem... Nicht ganz LP-igen LP, weil... LP. Ich bin der LP-LP-RP-er. Und der Turinator, immer noch. Apropos Metroid... Wenn sich einer von euch, der das sieht, ganz gerne im Metroid anzieht, dann hab ich ne... Galatev scheiß... relativ blöde Nachricht, weil ganz einfach... Es wird saulange dauern, bis ich den nächsten Part hab, weil... Ich muss nachspielen, und zwar ziemlich viel, weil die komplette Aufnahme ist blöd gelaufen. Im Grunde ist... Camtaser wollte es nicht gescheit speichern, jetzt müsste ich mir... Den Speicherstand nochmal komplett neu machen. Und das gefällt mir gar nicht. Ich mach's klar, weil... Ich hab keine Lust, den LP abzubrechen, weil... So ein Umflug passiert. Ich muss einfach mehr mit Safestates arbeiten. Pfff... Wisst ihr wat? Ich mach jetzt etwas offscreen. Ja. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder, wenn ich hier weiterbaue. So. Äh... Ich werd die Gegend abholzen, wieder aufwirtschaften, wieder abholzen, wieder aufwirtschaften, wieder abholzen. Einfach um Holz zu sammeln. Ich möchte ein klein bisschen fahren kommen. Wisst ihr Bescheid? Alles klar. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt... Minecraft. Mit Warnikas 91. Und... Hoffentlich... Dir. Ja. Ist mir ganz wichtig, dass du zusiehst, lieber Zuschauer. Ich mach das Ganze ja für dich und für keinen anderen. So. So. Ich baue mir noch ein Bett, dann war's das. So. Ein fester Untergrund. Eine weiche Matratze. Hm. Hier in die Ecke. So. Wunderbar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt... Minecraft. Bis dahin. Und rein! Und rein! Und rein!